yo was geht ab leute ich habe gerade mein zimmer aufgeräumt und ein booster gefunden wahrscheinlich noch von den drei cases die ich gekauft habe und openlängen könnt ihr irgendwo noch sehen link hier irgendwo und ich dachte mir halt da wir bald 800 abonnenten haben hier nur noch ein paar werden wir das halt verlosen wir hatten eigentlich schon 800 also sogar fast 1000 aber wir haben ja längere pause gemacht und dann haben wir wieder ein paar verloren und deswegen jetzt ein 800 abos special für die fans halt die uns immer noch anschauen bzw zurückgekommen sind und 1000 abos gibt es halt natürlich was los ist müssen wir uns noch überlegen aber jetzt für 800 wird das hier verlost und im plan wenn ihr bock habt dann auch dieses ding hier egal müsst einfach in die kommentare schreiben was für videos ihr gerne sehen wollt von uns wird es halt verlost unter allen teilnehmern wenn wir die 800 erreicht haben sonst wie immer liken, subscriben, kommentieren und ciao